Der Wolf will mich kaputt machen, aber nicht mit mir. Ich bin Dennis und ich mach den Wolf kaputt. Jetzt machen wir erstmal die Spielgeschwindigkeit auf ultra langsam. Wir haben hier eine große Burg und müssen erstmal ein bisschen klar Schiff machen. Also der Wolf kommt von hier unten und wird mich hier vorne am Haupttor angreifen. Deswegen scheißen wir auf alles was hier draußen ist und ziehen das alles mal hier zurück. Ähm, so genau, die Typen können dann da hin. Dann reißen wir den ganzen Scheiß hier ab. Ich glaube der erste Angriff erfolgt relativ früh, soweit ich mich erinnere. Das heißt, es bringt uns auch überhaupt nichts, hier vorne so viel Verteidigung zu haben. Und auch Produktionsgebäude außerhalb der Burg bringen uns überhaupt nichts, weil die gar nicht mehr das, wahrscheinlich zumindest, nicht mehr schaffen, mehr als maximal eine Lieferung abzuliefern. Und dann kann ich die auch einfach jetzt mal schnell abreißen und auf die eine Lieferung scheißen. So, ich reiß auch den ganzen Pech hier vorne ab, in der Hoffnung, dass ich davon mal ein bisschen was zurückkriege. Das kann ich nämlich dann an der Mauer verteilen. Wobei da ja auch schon relativ viel Pech am Start ist. Ähm, die Jägerhütte, die können wir noch weghauen. Es ist hier noch mehr außerhalb. Hier ist noch eine Jägerhütte. Dann baue ich zwei neue Hütten hier hinten am besten hin. Ich habe mir das eben ja schon mal in der letzten Folge hier alles so ein bisschen angeguckt. Wo ich was machen kann. Dann kommt das hier weg. Die Holzfäller kommen alle weg. Jetzt müsste außerhalb der Burg eigentlich alles abgerissen sein. Dann können wir hier einfach... Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. ...sechs Holzfäller wieder hinbauen. Ähm. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier weitermachen. Wir haben hier die ganzen Dingens. Das Essen. Rüstungsschmiede. Das brauchen wir da auch alles nicht. Den ganzen Scheiß hier. Rüstungsschmiede brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Bäckereien. Bäckereien sind gut. Haben wir eine Mühle? Wir haben eine Mühle. Dann würde ich aber gerne noch... ...noch eine Weizenfarm bauen. Die bauen wir hier hin. Und dann noch ein paar Bäckereien. Da wissen wir ja, dass wir da im Verhältnis 1 zu 8 oder so Bäckereien brauchen. Also viel mehr. Hier ist noch überall Platz. Das heißt, hier können wir noch... ...mehr Bäckereien hinstellen. So. Das heißt, hier habe ich jetzt 6. Da habe ich... ...zwei. Dann baue ich jetzt hier... ...noch mal 2. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. ...müsste das mit den Bäckereien eigentlich reichen. Ich habe ja mega viele... ...sachen hier. Okay. ...Schwerter. Das können wir weghauen. Ich habe, glaube ich, einfach genug... ...Schwertkram. Ich habe leider neulich Kakao über meine Maus gekippt. Deswegen habe ich jetzt... ...ne Scheißmaus, die... ...als Ersatz nur. Ich hatte hier noch so eine uralte... ...Logitech irgendwie rumliegen. Und die nervt mich gerade so ein bisschen... ...weil die irgendwie nicht so richtig macht, was ich will. So. Gut. Jetzt haben wir das. Holz habe ich zu wenig. Da ist noch ein bisschen Holz. Ich muss hier noch ein paar Feuerdinger verteilen... ...damit die auch hier wirklich... ...vernünftig von überall sie mit Feuer eindecken können. Mit Feuerpfeilen. So. Wir brauchen Bogenschütze. Eine Botschaft des Wolfs. Meine Männer sind im Anmarsch. Ihr werdet mir keine Sorgen mehr machen. So. Dann würde ich hier noch ein paar... ...Tüten oben hinstellen. Heiß wie die Hölle. Da hat er recht. Dann machen wir hier noch Zinnen. Vorne hin. Das wäre recht wichtig, glaube ich. So. Wir wissen ja, Zinnenwelle können Leben retten. Sie sorgen dafür, dass er einfach länger braucht... ...durch die Mauern durchzukommen. Und das ist... ...Ist dann schon auch was wert. So. Machen wir hier vorne noch um den Turm rum. Hier machen wir noch einen Zinnenwelle hin. Doppelten. So. Und wenn er hier vorne irgendwie durchbricht... ...dann kommt er ja erst mal nur in den Vorhof. Ähm. Mit den ganzen Hunden und so. Seid gegrüßt. Ähm. So. Wir sollten vielleicht mal gucken, was ich noch an Soldaten hier habe. Ich habe... ...die noch so... Was soll konstruiert werden? Wir können ja vielleicht mal noch irgendwo eine Mange hinstellen. Die haben sich ja letzte oder vorletzte Mission als ganz sinnvoll erwiesen. Das sind ja die Katapulte hier vorne. Kommt hier vorne noch eins hin. Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. Hier, der kann da noch... ...miss rein. ...miss rein. Gebt uns eine Aufgabe. Das ist schon bemannt. Äh, bemannt. Höhe. Wie können wir helfen? Wieso kommen denn hier irgendwie die Typen nicht? Ich habe doch hier eben schon zwei jene Typen hier hochgeschickt. Ich habe mich verbrannt. Was soll konstruiert werden? Hat er sich verbrannt? So ein Depp. Dieser Gestank. So, und jetzt würde ich mal noch ein paar... ...die Steuern ein bisschen erhöhen. Wir sind nämlich gerade... ...relativ beliebt. ...reliert sich. Wir. Ich spreche schon im Plurales Majestates. Das Volk huldigt euch, Sire. So, die sollen wir mit der Nahrung hier ordentlich loslegen. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Moderate Steuern. Wir können auch einfach mal hier fiese Steuern machen. Wohlsteuern. Diese Steuern sind ungerecht. Bla, 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 bla. Ungerecht, bla. So, und dann... ...würde ich nämlich mal... ...die... ...Armbrust schützen hier. Mal alle, die ich kann bauen. Damit sind wir nämlich schon mal deutlich besser verteidigt. So, dann können wir mal auf 20 stellen. Bin zur Stelle. Die würde ich noch nach hier vorne holen. Rücken raus. Die bringen mir hier vorne mehr als da in diesem kleinen Seitenturm. Weil hier müssen sie ja erstmal den... ...ähm... ...den See zuschütten. Das wird ihnen, glaube ich, nicht gelingen. Hier an der Seite hätte ich aber gern welche. Ja, in Bewegung. Hier auf dem Turm. Also hier hätte ich auf allen Turmen gern welche. Bogenschützen bereit. Die würde ich auch noch nach hier außen holen, glaube ich. Achtung. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. So. Was wünscht ihr? Das stinkt vielleicht. Die Truppen des Wolfs greifen an. Alles war klar, dass der jetzt kommt. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, sei er. So, und als nächstes müssen wir noch die Ritter bauen, damit ich, ähm... ...damit ich hier entsprechend... Unser Werkzeug ist bereit. ...die Innenverteidigung auch machen kann. Oder mal einen Ausfall machen kann. Oh, wow, wow. Wer kommt denn da? Hallo, Herr Wolf. So, dann stellen wir mal hier vorne noch... ...leute hin. Und Marsch! Sire! Vorwärts! Wir kommen da rauf. Waffen geschultert! Wir kommen da hin. Bereits! Wir kommen da noch hin. Im Laufschritt! Mein Bogen ist euer! Die Balliste ist für Mann. Okay, das ist schon mal gut. Was ist denn mit euch beiden hier? Bin zur Stelle! Geht doch mal nach da oben. So, der kann eigentlich auch noch nach hier vorne. Geht uns eine Aufgeist wie die Hölle! Ähm... Wir können noch zur Verteidigung der Anlagen hier noch ein bisschen... ...ein bisschen Pech verteilen. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Alter, die scheiß Tunnelgräber. Die müssen wir mal kaputt hauen. Oh, oh, oh. Ja! Das ist gar nicht gut. Rücken aus! Zur Stelle! Bogenschützen bereit! Ja, die Tunnelgräber erwischt. Beidesgehend, glaube ich, oder? Oh, shit, Alter. Die hauen ja richtig rein. Hm, dann baue ich jetzt noch ein paar Ritter. Da bin ich im Zweifelsfall ein Ausfall machen kann. Schießt mal hier auf die Schleppel, bitte. Geht nicht, oder was? Dann müssen wir mal hier mit der Mange ein bisschen... ...aufhauen. Oh, fuck. Ihr könnt ja mal hier... ...irgendwie... ...bisschen mal... ...Feuer in der Hütte machen. Sehr gut. Oh, da ist die Mauer schon kaputt. Das ist gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht, gar nicht gut. Wie können wir helfen? So, was mit den Rittern? Die kommen jetzt hier gerade. Ich habe ja neue Ritter gerade bestellt. Die können sich ja auch noch hier vorne mit bestellen. Damit die hier gar nicht erst reinkommen. Ich brauche natürlich... ...hab ich noch Stein. Nicht mehr viel. Das muss ich dann also im Markt kaufen. Mein Herr? Das ist leider nicht möglich. Doch, das ist sehr, sehr möglich. Ihr könnt da drauf schießen. Schießt mal da drauf. Boah, die matschen einem ja richtig die Mauer kaputt hier vorne. Meine. Äh, die... Wölfe. Verzeihung. Boah, die haben das Tor kaputt gemacht. Was soll konstruiert hier haben? Dann... ...haut doch mal ab. Nein, ihr bleibt stehen. Ihr bleibt hier. Ihr bleibt... So, wo, wo gehst du hin? Bleibt... ...zu Diensten. Aha. Leute. Verteidigungshaltung. Bleibt in der Burg. Schultert die Waffen. Bleibt in der Burg. Aber gern. Wir folgen euch, Herr. Was wünscht ihr? Gebt uns eine Aufgabe. Oh oh. Oh oh oh. Das läuft also gut. Das läuft also gut. Hat ja auch keiner gesagt, dass das hier einfach wird. Kurz vor Ende nochmal. So, jetzt kriegt mal die Ritter hier tot. Könnt ihr mal den da anwerfen? Da steht direkt einer neben euch. Danke. Ihr deffen hier. Boah. Da muss ich aber echt eine Menge Mauer reparieren hier. Puh. So, ich hab noch gar kein Pech benutzt. Eure Befehle? Feuer gefällig? Macht mal da das Feuer an. Ich will nicht, dass die da durchwenden. Na scheiße jetzt. Breitet sich das hier auf alles aus, oder was? Das hat sich ja voll gelohnt. Ja, verschwindet. Genau. Macht euch vom Acker. Oh, da kommen ja noch mehr. Shit, man. Wir haben nicht genügend Steine. Nein, ich hab nicht genügend Steine. Ich kann das gar nicht zubauen. Äh, hab ich genug Stein für eine Mauer? Aber jetzt sind sie schon zu nah. Aber hier drüben kann ich die wieder zumachen. Nein. Oh, ich hätt schneller sein müssen. Ich muss das Tor aufmachen. Wir müssen da durch. Alter, da kommen noch mehr Ritter. Nein. Nein, ihr... Latsch durch das Tor durch. Ich hab's extra aufgemacht. Durch das Tor durch. Lass die Hunde los. Lass die Hunde los. Wir lassen die Hunde los. Ah, verdammt. Ich baue mal schon mal mehr Bogenschützen. Die brauche ich dann in Runde 2 von diesem Spektakel hier. Wieso greift denn ihr da oben nicht die 2 Millionen an? Sondern irgendwen. Kann die Mange mal bitte nicht angreifen, sondern eher so auf die Hinten schießen. Ob das klug ist, ja, das weiß ich mal. Da ist die Belagerungswaffe reingekommen. Und warum die Ritter irgendwie nicht hinkriegen, hier mal... ...hier irgendwie mal durchs Tor zu latschen. Ich hab's doch extra jetzt schon mehrmals aufgemacht. Ich versteh nicht, wo das Problem ist. Irgendwie. Kommt doch mal raus. Zum Vorhof da vorne brauche ich euch viel mehr als irgendwo anders. So, mir ist aufgefallen, ich hab immer zu wenig... Die Leute verlassen die Vorräte. Ah, die Leute verlassen die Vorräte. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ich hab ja eigentlich wieder genug Gold. Ähm, ich hab immer zu wenig davon. Also muss man hier vielleicht mal noch mal ein paar Gerbe reinbauen. Um das Gebäude zu verhalten. Von den Lederrüstungen. Äh, geht das jetzt hier so weiter? Wie sieht's denn hier? Boah, grad mal ein Drittel. Scheiße. Langsam hab ich das Gefühl, die Mission ist gar nicht so einfach. Okay, okay, okay. Oh, ich hab nicht so viele Steine. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszahlen. Vielleicht mal Steine kaufen. Dass ich mal hier bei Gelegenheit die Türme reparieren kann, sobald mal die ganzen Deppen hier irgendwo tot sind. Mach mal die Hunde hier, mach mal. Lass mal die Hunde los. So. Wir folgen euch, was wünscht euch. Seid ihr bereit? Komm. Wir folgen euch, Herr. Sie sind wehrlos. Die können doch nichts. So, wie viel Nahrung hab ich? Viel zu viel. Komm, machen wir mal die Rationen hier. Das sollte ich euch tatsächlich unterschätzt haben. Ja, das hast du. Bogenschützen bereit. So, jetzt müssen wir jetzt hier erstmal alles reparieren. Wir brauchen jetzt mega viel Stein. Also muss ich Sachen verkaufen, eindeutig. Und ich verkaufe... Waffen würde sich natürlich anbieten, aber... Ihr habt nicht genügend Güter. Ich kann ein bisschen Essen verkaufen. Das bringt ja auch... Geld. Geld. Ich muss mir nämlich mega viel Stein kaufen. Das ist ja krass, wie viel der hier kaputt gemacht hat. So, ich brauche... Ein Tor. Ein Tor. Wieso kann ich da kein Tor bauen? So. Geht doch. So, dann müssen wir die Türme reparieren. Reparieren. Boah, das kostet alles so viel. Das ist alles so teuer. Oh Mann. So, und dann müssen wir... Die Mauer reparieren. So. Das ist doch ganz gut. Dann ist die erstmal wieder... Ganz. Meine Maus spielt wieder nicht mit, so wie ich will. So, und dann machen wir... Wieder Zinnen davor. Aber ich muss gleich nochmal Steine kaufen. Okay. Kaufen wir doch nochmal Steine. Aber ey, dafür geht das ganze Geld drauf. Das ist so... Mies. Okay, hier vorne ist es richtig hart kaputt gegangen. Hier an der Seite auch. Kommt man hier überhaupt... Ach, hier ist auch ein Durchgang, ne? Dann müssen wir das auch mal wieder zumachen. So. Okay. Das war alles, was beschädigt wurde, weitestgehend. Der ist noch ein bisschen kaputt. Der ist nicht kaputt. Okay, das... Das war ein Stall. Ja, gut. Das war ein Stall. Kann man den irgendwie abreißen? Puh. So, naja. Das war das. Wir machen eine kurze Pause. Der zweite Angriff. Ich nehme an, da kommen noch mehrere. Dann in der nächsten Folge. Ihr seht, jetzt wird es langsam richtig happig. Das sind große Gefechte hier. Und ich muss bis zum nächsten Mal nochmal ein bisschen aufrüsten hier. Wird gerne nochmal 20 Bogenschützen oder so mehr bauen. Aber das kriegen wir hin. Und dann steht uns nicht mehr viel im Weg, den Wolf zu besiegen und dieses Spiel zu gewinnen. Dann haben wir Stronghold durch. Das wird cool. Bis dahin. Schaut weiter zu. Ciao.